Jaja, ist schön klar Hey ohne Witz, das hatten wir auf gebrannter DVD Auf einer verbrannten DVD habt ihr das gehabt, ja? Gebrannten Hat man das so in Russland? Was, wie denkt man das denn bei euch in Deutschland? Irgendwann auf der Alm Wenn man etwas auf die CD brennt Na, CD? Wenn ich das Lala im Wohnmobil oder? Ach, Tümi Wieso spielt eigentlich jeder Kartus mit so nem komischen Summoners, Alter? Krieg ich denn da Tickets für Junge? Ach nö, ich will keine New Orleans Was haben die in AD Carry? Ach, Canon Das ist ein AD Carry Da fehlen aber Mitgliedervorverkauf erst ab 16.09. und Freiervorverkauf ab 13.09. Oh, das ist so nervig Schaut, hier wird's auch die AD Carry Das ist so nervig AD Carry Canon Oh, ja Aber ich hasse Mirror Lane, Mann Ich glaub, ich mag einen neuen Champ test Und nicht einen neuen Champ Aber ein Champ macht den riesig krank Ey, Thresh hast du früher gemeint, die Lappen Lol Nö, Leona schon immer Er hat noch nie Thresh wirklich gespielt Ich hab schon immer Nein, auch nicht Da hat er immer Leona schon gespielt Thresh, weil da sind Skillshots bei Thresh Bei Leona hat er nur die E und die ULs zu empfehlen Aber das hat er schon so geübt, dass er zweimal, zehnmal trifft Das Problem ist, bei Thresh hockt er sich ab und zu selber Der lacht, wenn zum Hookstrap geht, Alter Ist echt so, Alter Ganz ganz leise sein Das ging grad um Leona Ich könnte AFK gehen und du hookst daneben, weil du dachtest ich move, Alter Der kann das, Alter Der kann hooken Wer hat Joma? Joma kann hooken Joma hat gerade gesuckten Blitzcrank Joma, wenn wir keine Gangs bekommen haben, ich hatte keinen Bock auf das Game Joma ist vorhin ein junger Gott gewesen Der ist nischt gewesen, Junge Dann riech ein kleiner Madlife vorhin Badass... Bitches... Nee Bis ruhig Das ist richtig cool, der Pinky Mann, mach ich eigentlich kein Recht, noch ein Chip oder ein Skill Mann, ich will jetzt endlich das Grafik-Updates Ja Noch ein Chip oder ein Skill? Es geht nicht zum fünften Mal Du gangst nicht und willst dann Hilfe? Nee, ganz knicken, oder? Der hat nur ein Haltring dabei kommen Mach keinen Scheiß Mach keinen Scheiß Nee, ach so, ich will ja nicht helfen Haha, hab ich keinen Bock Ich werde jetzt bestimmt wieder hartzacken, Alter Kann man ja nochmal sagen, was der Kart das ist? Ey, wenn wir Tio Mann, wenn wir Tio Mann nämlich im Team haben, dann kann der ja nur schlecht sein Leute, der kennt ja 22,8 Maus, Tobi Echt jetzt? Ja, 22,8 Ja, der kennt ihn Ja, der kennt ihn Von so 4 Wow Du heilst mich Ich gucke nach, wenn das nicht stimmt, kriege ich 10 Euro Nein Doch Doch Nein Doch Was mach ich hier eigentlich, Alter? Ach, GG Der kommt eh nicht ganken Warum spielt der Boss jetzt eigentlich nicht mit, Mann? Jetzt verliert er wieder Wir haben das letzte Gang gewonnen Und mit dir verlieren wir nur Merkst nen Unterschied Aber das letzte Gang war ja auch dabei Ja, aber da hab ich alleine gemacht Stimmt sogar Stimmt sogar Aber Tio Mann, da war er ja gar nicht da Ich hab ja alleine auf der Botlane gespielt Mach mal Mach mal Das stimmt nicht Oh Soll ich? Nee Du wirst dir denken Oh, Paula Soll ich mal rüberflashen? Soll ich rüberflashen? Ja, komm Ich hab ja gar keinen Flash dabei Ich hab keinen Flash dabei Ich hab keinen Flash dabei Ich hab keinen Flash dabei Oh, Mann Ich kann Worn oder Teleporten Leo, komm, du auch Genau hier Genau hier Was soll ich nicht sein? Ich trolle mich ja selber Dann sag ich hier wie aufs Leo oder so Super Leo, Mann Kannst nicht mal anständig spielen hier Was soll denn das? Wegen dir bin ich gestorben, Mann Was soll denn das? Das ist geskillt, Leute Warum? Also hast du Kassierer in einem Supermarkt den Haal Erstmal den Trainingshook Alter, der geht mir auf den Sack, der Typ Ein Trainingshook haut da raus und trifft direkt Oh oh Leo Der hat auch mal einen Trainingshook rausgehauen Er hofft die Trash, das ist nicht grof Oh, er hat nicht mehr gewordelt 4G Wieso hat ihn Ohne Witt, Mann Wieso hat denn der Kart das jetzt auf einmal wieder voll Mana? Der war doch grad fast runter Der hat einen Latte abgehauen Nein Aber please Nein Dieser Moment, wenn du den Minion töten willst Und einfach an die anklickst, ne? Ja, der Trainingshook 2.0 Alter, ich Ich kann mich gar nicht kontrollieren Gerade? Aber eine Nachricht willkommen Aber kann ich gucken Alter, das ist doch in Ordnung Dieses Geräusch geht mir auf den Sack, Mann Schau Ja, der Trash ruckte, hofft... Oh, der Trash ruckte – ich kann noch ein Wusch Ich kann noch ein Wusch nicht mehr ich weiß nicht, ich hab mich gerade verpasst Ungelungen! Alter Ich bin tot, ich bin tot, weil ich hober dich gankt Das hat mich verwirrt, man, da kam es mal Alter, deine Fresse Ich hab gesagt, der ist tot Du, dann zerleg' hier mit 3 Garnschatz den Riesenbogen Du, jetzt in den Backstash Babyziehen genommen Alter, wie der Typ mir auf den Sack geht, ne? Er ist Bronze, Tobi Hey, ist ja egal, er hat Rang und das ist ein Kartus Ein Kaktus? Ja, ne Kartus, mal Wenn ich Lowlife bin Sag Bescheid, wenn er Level 3 ist Level 6 Wieso verliere ich? Guck mal, sein Farm und mein Farm an Leo Gott, wir können Lacka, lacka, lacka Enten wir unser Trade Ach man, nö Möle ist so behindert, man Aber eine, ein Dingster, eine wieder gut machen, Tobi, du hast mehr Farbe als 10 Ja, das Ding, ja Oh, please Jetzt halt' ich aber weg, weil wenn er dann Level 6 wird, das scheiße, ne? Ey, schon wieder halb 10, ne? Ich verpiss mich mal Oh, nein, endlich ist er weg, Alter Oh, nein, endlich ist er weg, Alter Aber schau ihn nicht rein, aber Tschüss jetzt Bis dich endlich Tschüss, ihr Freak Danny, reiß' dich doch mal zusammen, ich bin in ner Aufnahme, Mann Ja, da Ups Gute Arbeit, Leo Gute Arbeit Gute Arbeit Kannst eh nicht aufladen, Junge, mit Dominic Dominic First Blood, Alter Ach so, mir war der Ach so, bei Houston ist oben gestorben 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 meine ich Was spielst du? Ich spiel Tristana, Alter Ach jetzt weiß ich, wieso der Full Mana hatte Tuma Guck mal seinen Summoner an Ja, ich weiß Oh, nee, port that shit Gehealed, man Okay Tschüss Wieso spielt man sowas, lieber? Gute Nacht, Abonnenten Hi, die Verletze Ihr wisst ja, Blitzcrank top Das carried Aber nicht wenn es Danny spielt Aber spielt... Wenn ihr es wirklich sehen wollt, müsst ihr erst in die Diamant-Helo kommen Sagt ein Unrank Sagt ein Unrank, der in Boxiger gließt Das ist ja, das ist ja nur mein Smurf Wer ist dein Main-Case in Tron oder was? Weil wir warten, das reicht nicht Ich habe meine E nicht mehr rausbekommen, es hat nicht gereicht, Tuma Er hat weggeportet und ich habe ihn fast getötet Wie heißt... Wie heißt Alex... Wie heißt... Wie heißt... Wie heißt dein Main-Account? FNC-XP-Ger Wow Ach man, wieso habe ich denn meine E nicht rausgekriegt Ich Nummer 2 Scheiße Äh ne, ich habe mir nur vorhin ein Fanatic-Video angeguckt Nein Er will auch... Was für ein Schuss? Ich kink für die Jetzt brauchst du nicht Die Richtigkontaktivität weg Das kannst du zum Schauen nicht Okay, tschüss, haut da rein Steht schon, aber danke Da ist ein Canon drin User disconnected from your channel Hallo Canon Schade Schade Ich habe ihn mal, weil Kartos war mega fey, dass er da nicht gestorben ist Alter So jetzt nicht den Weg Achso, da geht er gegen, okay Ah, ist okay Gut ja Ich war nur ein bisschen raum Gegen Kartos ist ja auch echt nicht einfach Vor allem einer der mit Klarheit spielt und mit sonstwas alles nur um damit am anderen zu haben Kannst weggehen, ich bin ein bisschen Kann ich? Genau Komm mal kurz, mitladen Alter Ich bin nicht klar Den können wir fighten, ich kann fighten, oh ne Hier, komm her Auch jetzt kann er nicht fighten Wer hat mein Sporter umgebracht? Good job Tuma Good job Good job I love you Leo, das war worth Nice Gute Arbeit guys Wir sind das bestes Team Best Mega West Merkt euch das Vor allem Kartos hat nichts mehr gemacht In seiner passiven Außer Oh, das hilft mir jetzt richtig Nice Danke guys Aber trotzdem Ich komme an meinen Farmen Seinen Farmen an Leo Obwohl ich Obwohl er mich eigentlich so unter Druck setzt Der Wook war richtig fay Ich weiß Ist egal Ist egal Wenn die direkt vor mir sind Leo Das hat Swag Das reicht Das hat Swag Das Mehr brauchst du nicht Wenn du genug Swagpunkte sammelst Dann ist das kein Problem Dann ist das Gank GG Genau Dann ist das Gank GG Wenn du 20 Swagpunkte Thomas braucht mal ein Gank, alter Ich komme dann auch mal hoch Ich komme dann auch mal hoch Lame the fucking Jungler genau Er kommt doch Mensch Er hat noch nicht gesagt, dass er gar nicht gankt Aber beim Laternenjungler ist halt schon Dass er weniger gankt Soll ich auf die Lame kommen und ihn mit der Kralle ankratzen? Ja Ich finde es halt immer noch lustig, ne? Was? Na ja Das ist der Kralle Das ist der Kralle Alter, eine Eine Kuh erst fass auf, ne? Ich werde mal noch für die eine Seele Guck mal, guck mein Damage an Timo, das waren zwei Kuh Du machst richtig schalm in die Kuh, Robert Ne, ich kann ihn auch gleich töten Mit ultimativem Fähigkeit Schredderst du mit deiner Rüstungsdurchtragung in deine Rüstung ein Du brauchst mit dem Brutalisierung auf den Kopf Gute Arbeit Timeless, guck mal Süßer Boy, 77 Wie soll ich denn da ganken? Jetzt grad mal Du pusht Oh please, bin ich fail Bin ich fail Bin ich fail Alter, mir passiert das so oft mit Zeit, dass ich halt Schnell weh drück und dann geh ich doch hin Obwohl ich das gar nicht will Voll Wir gehen gleich drauf Nein Wartet, wartet noch Lass dich mal mit dem Speer treffen Ich würd auch kommen, genau Ich würd auch kommen Lass dich einfach treffen mit nem Speer oder so Ich bin auch da jetzt, lass dich treffen Wow Du triffst ja gar nicht Lauf mal in die Falle rein, damit sie auf dich drauf geht Die Falle hier hinten Hoffe ich hier rumstehe Ich bin, dass ihr alle topchillt, aber Bot wurde gar nicht gegeben Alter, sie macht doch nix, wie hast du hier Probleme? Sie ist doch ne zahme Katze, ey Geh weiterfahren, Verschwendung Ich würd auch Ich würd auch Bot kommen, wenn ihr magt Magt? Ne, ne, das macht Ich bin jetzt momentan noch nicht Es sei denn du hast Ulti Hat der Kartus Flash, nein, oder? Mit Ulti kannst du vielleicht kommen Clone nicht, ne Ich bin mir aber nicht sicher Ich hab ihn dann getötet, da hat er nicht geflasht Ich musste Flash ulten, damit Dominik kommt Es loht mich in der Ulti Ah doch, er hat geflasht Ah, stirbst nicht, oder? Ne Nein Ah, sie dived mich, hallo So, Outplay ist sie gekommen Ei, ist timeless Hallo, ich hab dich gezüchtet Siehst du? Alles cool Mann, ey, ich kann Pantheon nicht fighten, ne? Ach so, das ist mein Ich hab, gut, ich hab jetzt nen Towershot bekommen, aber ich kann den Pantheon nicht fighten Pantheon super Was ist das denn? So lame, Alter Der hat gar double assist auf Botlane SS Das ist so lame, dass ich den nicht fighten kann Das war ich, das war aus Spaß Ach so, ja, das war Tempest Jenner Als ich gefragt hab, was im Jenner-Skin ist das mit der Jungen im schwarzen Star Tempest? Ja Hab ich mir gesagt, oh Toil, jetzt bin ich gestorben von dem Typ Mann, das ist doch so behindert Der hat drei Langschwerter Der hat drei Langschwerter Und ich hab Brutalisierung, Bilgelwasser Zwölfte Minute Feral Flair So, und jetzt kommt Juma auch ganken Also, ein bisschen mehr Genau Teleport, gank ich Ich lass die Bot pushen, ich teleportier mich dahin, double kiffen mich Easy Oh, ich hab die Morde, die ich für mich nebenbei Nee, Junge, ich brauch Kills, ich will Solo Baron machen Leo, engage mal Engage mal 2 gegen 1 Nein, engage Dann komm ich halt gar nicht ganken Oh, auch gut Geht rein, ich komm, geh rein, go Alter 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 Kartos ist einfach so nervig Alter Komm Dominik Komm mit, komm her Hallo Dominik Hallo Dominik Deswegen gank ich ungern Ja, ich hab ein Kill bekommen Aber 2 für 1 war nicht Nee, das finden wir nichts Ich hasse das mit dieser scheiß Müllz, man ist so scheiß Squishy Normalerweise braucht man jetzt Trash mit Keine, kein Flash, kein Heal Mit Gebirgsponsor, aber ich find das Lasthitten mit dem Gebirgsponsor auf Trash so gay Tja mal, wenn der einmal den Slow auf dich hat, kommst du eigentlich nicht weg, ne? Du trifft ja 2-3 Q und dann bist du schon fast tot, wenn die gritten Obwohl da gar kein item sind Oh, Mann Ey, du darfst dich halt nicht von den Chimären oder von den Feind helfen lassen Ja, ehrlich Punkt Punkt Bunty on wieder, Bot Er ist nur Bot, man banc Warte mal, lass den mal, lass den mal Hätt' ich den eine Lassoya Team bekommen Oh mein Tower ist down WET, ich... äh... WE Ultimment was ist das? Leo Hook, Leo Hook, Leo Hook Er ist tot Hast du den Trash noch bekommen? Ich hab dir extra eine Tanne hingeworfen, dass du noch weiter und diten kannst, aber egal Nein, hier, 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 ah, ah, der macht durchschaden, der Typ Nidali ist Mitte Gerade gegen Kartus hätte ich keine Gefahr gebaut Hier, geht drauf Wow, wieso Dominik? Wieso? Ja, wieso gehst du da nochmal hin? Ah, du hast ja ein Shutdown bekommen für Wurf Der hat aber auch einen Shutdown auf Dings bekommen, was ist denn da gerade Wurf? Shutdown für Shutdown, gut, wir haben noch 2 Assists, aber trotzdem Das hätte nicht sein müssen, ja, guckst du mal bitte wie Dominik steht, 3-0 steht er Nein, ich stand 2-0, also kein Shutdown für Wurf Du standst, ja ist egal, das ist trotzdem Er hat keinen Shutdown bekommen, ich stand 2-0 Ach so, er hat zu keinen Assists, gut, ja gut Ja, dann ist es okay, dann Ja, eigentlich nicht Naja, doch Naja, eigentlich nicht, das hätte auch nicht sein müssen Ich komm, top, ich komm, top, ich komm, top Lass dich treffen von dem Speer Ich finde die ganze Zeit weniger Farben, der ist immer mehr Ja, warte, wenn ich hinkomme, wenn ihr mich vorher nicht sieht, ist sie tot Okay, geht drauf, Flash irgendwas, Q, Flash Q Flash Q, du bist luftig, aber ich hab... Ist tot Er hat nicht mal einen Assist bekommen, er schreibt, er ist tot Er hat sich mit Schild geben müssen, Timeless Boy Schild oder mich schneller machen, das wäre schon ein Assist gewesen Aber egal, er kann jetzt erstmal farmen, das ist ja auch okay Theoman mit ist free, hat keinen Flash? Ich hab ihn schon gekillt grad Ach so, leih So Der Tower fällt jetzt von der Dings Nicolai, ich hab einen Auftrag für dich, okay? Du, mach jetzt... Immer hier auf der Linie vom PC Nein! Kartus ist weg, Kintar hat kein Flash mehr Wieso auch immer er jetzt geflasht hat Also, Timeless, du gehst jetzt back Kaufst einen, ne? Und ich erwarte dich in einer Minute hier Verstehen? Ich brauch dich beim Baron Du musst mir Schild geben und Ult ihn im Notfall Na, Marco Ja, der wollte keinen 17 Minuten Baron von Profi haben, ja Dein List? Was? Spiel der Jenna? Nein Lulu Braucht die Ult Und das Schild Ja, was kaufe ich bei dir? Ob der Uplink-Boot oder Magido-Ring? Aber auch scheiß Autodeck, man Abkling ist cool Abkling Ja Ich pushe die Top Ein Speed-Rat, Mann Du kommst schon mal zum Baron, bitte, danke Verworten? Lol Mein Schatten hat ein Schuriken geworfen und ich, ne? Und er stand in der Mitte von beiden Ehm, Mitte ist da Mitte ist bei mir, Mitte ist bei mir Nidalee ist Mitte Ich muss flashen Wow Lass dich mal hier vorbeilaufen Nidalee kommt bot Ok komm her, wir machen Baron Ich komm auch, ich komm auch, ich move auch runter Wie steht denn die? Die ist gefeatet Die ist gefeatet Ah fuck Werde jetzt nicht flashen müssen Joga Hätte ich auch nicht hierhin brauchen Hätte ich hier nicht gerettet Fakt ist dann durch Ulti, durch Fashung Wann? Wir schaffen den nie im Leben Eintelb, Geist Nidalee kommt Mitte Tobi Also ich brauch den Mitte mal jemanden Weil sonst fällt der Tower jetzt Guck mal was wir machen da Jaja, das ist richtig Aber ich mein nur So, bitte Yo, Moment Easy, mein so Glaubst du, glaubst du, die sind schockiert? Schockiert, natürlich, Alter Neunze Minute Ach, die haben einfach so einen Baron-Buck Ich komm mit Lange, Moment 20 Sekunden UL Canon, Canon Pantheon ist Mitte und Ja Das ist okay Also die fighten wir locker, ne? Zehn Sekunden, ja ja, easy Och, ist gewordet Egal, lass fighten, lass fighten Oh fuck, nein Was sollen wir da fighten? Ja, danke Jetzt bin ich tot Ja, wie sollen wir das fighten? Du hättest nicht in meine Richtung laufen sollen Das wäre hier rüber machen können Ja, ich bin noch rüber über die Wand Ne, hier hin Als du hier standest, hier hin zum Tower Du bist zu mir gelaufen, dass alle zu mir kamen und dann rüber gegangen sind Ja, die haben dich eh gesehen Ja, trotzdem hätte ich weglaufen können, weil die dich gefokust hätten Du hast noch eine UL zu messen Ja, du hättest auch, du hättest auch so weglaufen können Wie denn? Nein Uite mich Gut Good job Hey, wieso uitet er? Ja Wieso hat denn er jetzt geuetet? Weil er Bock hatte Also ich muss back jetzt hier Passt mal auf da Könnt ihr das halten? Seht ihr jetzt hier? Ja In den Journal machen In den Journal machen Fass, ne nicht mal Objekte Kratos Mitte Koma Warte, ich komme Oh fuck Ja, hättest du gesagt, ich fährst in der Alterne Ich hab doch gesagt, ich komme Du hast gesagt, Koma oder mich Koma, ich komme, ja Ja, aber ich kann ja nicht riechen Ähm, keinen Kompott Ich würde runterkommen, dann könnten wir ihn abfangen Kommst du von unten? Warte, fand das Warte, ich konnte sich das denken Ja, den Niederli ist mitte Weil ich bin jetzt zweimal gestorben Weil du nicht da warst Sorry Irgendwann stimmt, gehts gut Ja, das ist ein Panzer mit Trimperboot Ja Aber das ist ein Panzer mit Trimperboot Ja, danke Niederli auch Kommst du denn nach dem Gamer bitte wegen dem Computer Ich muss ja nur das nochmal bestätigen und dann Ja Wie bitte? Egal, 1-1 noch mitgenommen Niederli auch mal Wie hast du jetzt? 23, 24 Was kaufe ich jetzt? Let's start Brauchst du die Dinger? Wow Wie bitte? Ja, ja, ich bin in der Aufnahme, ich kann dann nachdenken Du kommst, geh drauf Oute dich, wenn sie dich anspringt, oute dich Oute dich Ah, fuck Ich hab ein Stammbild, alter Das kann ich Oh, fuck Gib mir den Red Ich kann sie Mein Tor Oh, ich kann Cannon ist da Alter, was macht der für einen Charme? Wir können fighten Ja, los, komm jetzt, ihr könnt Leo, komm Cannon, cannon, cannon Punt ist tot Der Red noch da? Nein Ich weiß nicht, wer ihn genommen hat So wie er ihn bekommen hat So wie er ihn bekommen hat Gut, alter Pantheon hatte den Kies, 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 Kies Kies, 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 Kies Komm, geh drauf Oh, fuck Komm, Jobber, lauf Oh Wow Okay, okay Oh, wir sollten Wir sollten rennen Das können wir nicht fighten Ich habe zu wenig Leben Wie in Niederlier Wie dumm die ist, ne? Ja Aber das können wir fighten Bleib hier Vielleicht kommt einer Vielleicht kommt einer Ja, ja, hab ich Vielleicht kommt einer Na gut, der kommt aber weg Ja, die kommen eh nicht Brauchen wir nicht Lea, kannst du Baron geworden? Andre Danke Damit ich nicht hinlaufen muss, sondern tp'n kann A focus fight can be a through start Wenn die jetzt den Baron nicht gewordet haben, dann sind die echt irgendwie blöd im Kopf Wenn man bloß hat, ne? Müssen sie eigentlich gelernt haben, ne? Also wenn keiner den möchte, dann nehme ich den, wegen Energie Dann nehmen wir den Ähm, die sind beim Baron Ich komme, ich komme Oh, wow Wieso war's nicht so weit? Ich hab da gecleared Wir müssen das gar nicht brauchen müssen, jetzt haben die Baron Ich wollte einfach nur ganz fix den Baron machen, du brauchst nichts klären Ja, ja, ja Ja, ja, ja Wow, geil Soll ich versuchen zu claren? Ah, ist schon zu spät Ne Ne, ne, nur nicht zu spät Oh Sie haben ihn noch nicht Noch nicht, jetzt haben wir ihn Jetzt haben wir ihn Oh, Mann Die Nieder ist üs gefiedert Ich bin, guck mal, wie viel jetzt ich bin, ich kann ihn nicht fighten, ne? Ich guck mal, jetzt Ich guck mal, jetzt Ich guck mal, jetzt Ich guck mal, jetzt Boah Geh auf den kennen Ach, er macht ja einen Schaden Nidale auch, oder? Hier! Auf! Ah, nice, Leo Let's cum Du hast ihn reset, du hast ihn reset Ich drücke hinter mich einen R-Jump nach vorne. Was machst du jetzt? Du bist genauso wie Danny. Hört auch mal auf, wenn wir mit dem Jump versuchen Damage zu machen. Kitet doch lieber damit. Du hast das vorher schon gemacht. Wo denn? Du bist vorher schon auf die gesprungen, auf den anderen. Ich darf nicht nähe. Wir könnten eigentlich Tray quashen. Nicolai. Ja. Hast du gesehen wie ich den gejukt habe, Junge? Ja. Oh fuck. Vor dem hab ich Angst, wenn ich keinen Ult hab. Oh fuck. Weißer macht den Damage. Punt, ja. Nicht da lang gehen. Du meinst, kann ich ulten und alles geben, wenn du die auseinandernehmen willst? Ne, wir kennen. Der wird mich stunnen. Puntet mich stunnen. Hab keinen Ult. Wir brauchen Dings. Meine Ulti gibt dir 700 Live, Alter. Also wenn, dann gehen wir jetzt rein. Ja, dann. Ulti dich, Turm, auf geht's. Und schnell. Wie schnell ich jetzt vor allem gelaufen bin. Das war cool. Neun war Kartus. Naja, der hat gut gefiedelt. Der war nicht gut. Schnell. Alter, der hat mich gut dominiert, aber der hat irgendwie nichts draus gemacht. Du hast ja gesehen. Guck mal, ich hab mehr Farben als er die ganze Zeit. Fuck. Warte, kann hier 69. Bleib doch noch nicht stehen. Mach doch schnell den scheiß Tower hier. Mach doch schnell den scheiß Tower hier. Wie schnell man ist, ne? Richtig cool. Ja. Unser Kartus passiven stehen bleiben ist schon okay. Ja, ich würd den scheiß Tower noch haben. Oh, fuck. Ja, puh, ein Sau, Alter. Boah, laut, was sagt Karl oder so? Hast du es nicht mitbekommen, dass er runterkommt? Doch, auch recht. Macht euch zaubern oder das? Ja, natürlich. Ja, als Lulu musst du zaubern. Kannst du knicken, du verschwindest hier von meinem Tower. Hattest du den Speater Culo? Ja. Ja, hat der Culo. Engage bitte, jetzt. Ach so, ich soll engagen? Ach, nein, nein. Ach, nein, nein. Boah. Ey, Autotext. Den Cannon. Kannst du zarte Carrier fokusten. Jetzt kannst du jumpen. Ne, jetzt nicht jumpen. Wow. Ich wollte gerade jumpen. Die Nina, die macht mir mit ihrem Anfallen. Also mit dem Jump. 526 Stunden. Ist ein bisschen... Du bist klar im Space überhaupt. Okay. Ne, 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 wirst du nicht, wirst du nicht, wirst du nicht. Okay. Kannst weiter machen. Was schreibt der Pantheon? Ja, nur eine Karte. Karte, Server, Decor, Proposal, und hier sind sie in den Trollen. Oh, jetzt hat er die Lechstränge. Oh, das ist ein Hashtag. Immer Hashtag. Einfach Hashtag. Einfach Hashtag. Einfach Hashtag. Geulosewag Hashtag. Äh, Kellen, verfolgt mich. Ja, Scheiße. Ja, danke. Ich frag mich warum der immer so viel Schaden macht, Alter. Hab ich schon gesehen. Eiger, ich kann top bis ran und Karte war dann auch tot. Bock irgendwie zu Splitpushen? Ja, deswegen hab ich... Wir könnten... Wir könnten... 1-3-1. Lass mal 1-3-1 machen. Weil ich und Tioma, da müssen mindestens zwei Leute kommen. Und nicht töten wir den. Nein. Also, ihr drei Mitte und wir, ihr darf einer von uns gehen, äh, bot on top. Habt ihr verstanden, guys? Ja. Ne. Wie jetzt nochmal? Mission. Keine Mitte. Wo? Leo, was machst du da? Wo? Trash ist der, der Typ? Ah. Drei Leute in der Mitte. Panthe und Thraschkennen. Oh. Weil die weggehen von der Mitte direkt Bescheid sagen, ne? Die ist sie nicht mehr. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Okay. Warte ich jetzt kurz. Die sind glaub ich bot, weil Nidali geht der Kassier. Ich glaub nicht. Nidali ist eigentlich gut geworden. Tobi, ich komme zu dir. Hallo. Leute. Holte dich, komm, geh rein. Ja, schön geholtet. Ich kann teleporten, wenn ich brauche. Ich sterbe. Ah, ich auch. Ich nicht. Der Thresh war hier. Guys, der Thresh war hier. Ja, nein. Let me have a good choice. Nee. Komm, pushen. Exhaust in 11 Sekunden, also. Wenn man kommt. Alter, diese Kreat-Chunks von Pantheon, ne? Schau mal, schau mal, Last Whisper, oder? Last Whisper. Das ist deine absolute Krass. Bei wem? Ach, ich? Ich dachte gerade als Lulu, Alter. Ich auch, aber ich dachte. Was kommt, ich will, Slayer, Last Whisper. Nicolai, du musst als erstes, wenn du gegen so ein AD-Niederlieg spielst, als erstes versuchen, ein bisschen Tanki zu gehen. Also Stunden-Class war deine Option. Vor allem. Ja, aber der Stunden-Class ist ja nur das, damit es, ähm, überbrückt wird halt. Die machen Barren. Also diesen Barren. Ich tippe mich da hin und räume auf, oder so was. Und wie lange halt geboren? Ich kann auch 50 Sekunden. Du mal, ich hab auch Teleport, gell? Okay, lass' gleich Teleportieren. Hier. Die sind nicht schon dran? Ja, ja, die machen die gerade. Nee, noch nicht. Doch, Tele, doch, Teleportieren dran. Warte, drei. Ja, ja, jetzt, 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 go, 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 go. Ich gebe direkt Ulti alles, gell? Ah, sie haben ihn zu spät. Egal, drauf. Alter. Egal, ich hab zwei Leute. Ich kann auch noch. Du darfst mich hucken. Du hast dich hucken lassen, das... Oh, wow. GG, guys. Tjoma, ich war instant tot, Alter, sorry. Ich auch, aber irgendwann. Wer hat mir am meisten Schaden gemacht? Cannon. Cannon. Mir am meisten. Dann war's die Karte, Alter. Dann geht eure Runde noch. Ist jetzt zu Ende, die finischen jetzt. Aber Tjoma, du hast schon lange überlebt, eigentlich, gell? Ja, für die Verhältnisse, dass ich reingegangen bin, hab ich zwei Kills mitgenommen. Tjoma, zieh mich mal gleich runter mit Tjoma. Hm. Kann die finischen? Ja, ja. Ja, klar. Naja. Cannon macht schade. Der Cannon macht schade. Ja, naja, das war scheiße. Ich hab... War halt ein bisschen doof. Ihr wart aber schon drinnen. Weil die hatten den Bär und den Scheiß. Wir waren einfach... Wir waren zu spät, Alter. Oh. Naja. Hört zum GG. War trotzdem ein cooles Game. potassium und karte. Und wir sind ja das in seinem Garten. undenje, mich lieber Kummer. Um mich das klar powiedział. Ich habe wenn nicht den rüber기� şunern, Aber … Vielen Dank.